Mama, komm hier! Oma, ganz viel! Da, hier! Alter! Zeig mal! Boah! Du musst die in Wasser lassen! Ja, warte, warte! Ich tue mal einfach jetzt in den Wald. Oh, genau. Darf ich bitte? Darf ich? Ich gehe wieder durch. Lass doch einen anwischen! Lass doch einen anwischen! Leo! Schnell, 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 schnell! So, echt schnell! Erst mal los! Oh mein Gott, es gibt keine Fische! Verzeihung, Oma! Verzeihung, Oma! Jetzt haben wir beide! Lass mich! Komm, Oma! Komm, Oma! Komm, Oma! Du bist ja nicht der andere Seite! Dann kannst du die Einfluss rausgehen! Komm, Oma! Komm, Oma! Komm, Oma! Komm, Oma! Komm! Komm, Oma! Das sind bestimmt 50, 60 Stück, wenn nicht mehr. Wie groß werden die denn die Stecheln? Ich weiß nicht, was für Fische das jetzt sind. Das sind aber keine Stecheln. Die werden doch groß.